Alles geht hier für mich zu schnell Leute. E-Play, falls ihr fache guter Wünsche habt, dann einfach gerne in die Gruß- oder Wunschbox www.eplay-tv.de, oben auf die Grußbox klicken, oder kommt auch gerne in den Chat www.eplay-tv.de und auf der linken Seite, oder einfach auf der linken Seite auf Chatkling, kommt ihr auch da direkt hin. Große Mix-Tession, wie ich schon gesagt habe, also fangen wir direkt an. Ohne lange zögern wir direkt los hier mit unserem großen, großen Mix. Oder doch nicht, ich habe noch ein bisschen Zeit. In der Probe hat es gerade ein bisschen schneller besser als Gruß. Das Wetter ist schrecklich, aber das ist Deutschland. Jo, fangen wir an, los geht's. Du hast auch einen Gruß? Dann komm mal auf www.eplay-tv.de und klick die Grußbox an. Und Ich glaube Ja, liebe Leute Ich hört mich Ja, man hört mich, das ist gut Mir ist gerade mein Ton kaputt gegangen Das ist natürlich wieder so eine Live-Panne, die passiert eigentlich nie Und heute passiert es immer wieder zum ersten Mal, ne? Das ist live Ja Liegt wahrscheinlich wegen dem Wetter, ne? So, wir machen mal kurz einen Test Ich habe hier keinen Sound Hm Gut Auswahlmöglichkeit Nummer 2 Man nimmt einen anderen Player Ich kann jetzt anders machen Nimm mich den hier Der, mit dem funktioniert es glaube ich 14 Hoffe ich Der habe ich auch keinen Sound Oh, nee Oh, tut mir leid, Leute Ich muss ganz kurz den Stream beenden Ganz kurz den Stream beenden Und dann sind wir gleich wieder für euch da Ich muss mal ganz kurz Ja, mal komplett alles neu hochfahren Und Gleich Gleich geht es weiter Also Bis Gleich, ne? Dran bleiben Ich bin Ich bin Höfe ich mehr Ich bin Ich bin